Hallo und herzlich willkommen zu TAPtalk. Ich habe heute wieder meine zwei Gäste dabei, den Mihi und den Tom. Hier zwei erfolgreiche Turnierspieler. Wir haben momentan den Platz Nummer 21 aus der T3 und den Platz Nummer 52 aus der T3. In der Mitte sitzt die 220. Das ist nicht nur mein Gewicht. Heute haben wir ein ganz tolles Thema im TAPtalk. Welche Spielertypen gibt es? Was ist der Unterschied zwischen einem Turnierspieler und einem Casual-Spieler? Darüber wollen wir heute diskutieren. Da das Thema mehr oder weniger ein bisschen auch von dir angestoßen wurde. Ich darfst gerne mal Einleitung bringen. Wie willst du starten? Ja, was ist grundsätzlich? Es gibt ja den Turnierspieler. Es wird ja oft von dem Turnierspieler geredet. Ich wollte ein bisschen darüber reden und ich finde, den Turnierspieler gibt es eigentlich nicht. Ja, finde ich. wie wird man, wenn man in die Kategorie Casual-Spieler passt, also nicht Turnierspieler ist, man will vielleicht ein Turnier spielen. Wie werde ich denn zu einem Turnierspieler? Oder muss ich das überhaupt werden und vielleicht bin ich es ja schon. Ich glaube einmal, was viele Leute hauptsächlich zu dem Turnierspieler sagen, die meinen wahrscheinlich eher den, wie man es nennt, den Powergamer, oder? Ich denke. Michi, sag mal, was ist ein Powergamer? Du kennst dich damit aus. Ja, da kenn ich mich gut aus. Ein Powergamer ist im Prinzip einer, der nimmt sich ein unheimlich starkes Konzept und damit versucht, das Turnier zu rocken. Also es ist jetzt nicht so, dass man ein Fluff-Spiel macht, für alle, die jetzt Fluff nicht kennen, aber normalerweise, was das ist, Fluff ist quasi so die Hintergrund-Story und es gibt halt auch die Fluff-Spieler, gerade so diese Bier- und Rätsel-Spieler, die zu Hause spielen. Das ist schon wieder ein Spielertyp auch. Das ist quasi, wenn ich mein Armee-Konzept nicht darauf aufbaue, dass es wahnsinnig stark ist, sondern eher darauf aufbaue, dass es in die Geschichte passt. Was fällt jemand von euch da zufällig ein gutes Beispiel ein? So fluffige Turnierliste? Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt eine klassische Space Marine Armee spielt, einfach mal hier drei oder vier taktische Trupps mitnimmt und zwar volle 10-Mann-Stärke mit Rhino. Und Flammenwerfen und Raketenwerfen. Genau, mit dieser Kombination. Und dass man halt wirklich, weil es gibt ja vom Codex Astatis, was bei den Space Marines heißt, eine vorgeschriebene Kompaniestärke, dass man da einfach mal eine Kompanie sich aussucht. Genau, beim Fluff-Spiel ist halt das wichtig, dass das einfach zur Hintergrund-Story passt. Da kann man jetzt eben auch gewisse Szenarien nachspielen. Das ist ja eine coole Sache und das ist überhaupt nicht schlecht. Nein. Wir spielen ja doch in unserer Gruppe sehr viel Turnierspiel und Powergame. Das heißt, wir versuchen die Listen stark auszumaxen. Wie du gesagt hast, rauszuholen, was geht, um auf dem Turnier zu gewinnen. Jede Regellücke und alles irgendwie auszum... Das hat nichts mit Regellücke zu tun. Das Problem ist bloß mit diesen Core Rules, was wir jetzt haben, diese sechs oder acht Seiten sind es, glaube ich, Regeln, die wir da haben, da wo eigentlich nichts geklärt ist und mittlerweile haben wir schon wieder so ein Stapel FAQs am Tisch liegen und acht Seiten Regeln. Also, ja, genau. Und wenn man das regelmäßig macht und dann auch regelmäßig auf die Fresse kriegt, wie es mir halt oft auch geht, neigt man auch sehr stark dazu, dass man ein bisschen seichtere Spiele macht und wieder ein bisschen zurückgeht zum Fluffspiel. Und da gibt es eben auch verschiedene Formate, wo es eben, ich finde, dieses Turnier Classic Format ganz schön, das ein bisschen so eine fluffige Liste vorschreibt, dass man bestimmte Begrenzungen mit einbaut oder halt nicht so viele krasse Sachen macht. Und bei mir ist auch so, dass ich dann oft gerne wieder sage, gehen wir zurück, machen wir mal wieder ein Spiel nur Codex gegen Codex, ohne Kombinationen, weil es auch ganz so hart ist. Deswegen ist ja oft der, also genau das Thema, machen wir was aus, deswegen ist ja oft der Power Gamer als Power Gamer verschrien, weil, keine Ahnung, man hat ein Spiel irgendwo unter Freunden oder im Club, man sagt so, ja, spielen wir halt wo immer, ja, cool, super Sache, komm vorbei, dann nimmst du halt so mit, was hast du, lustige Armee und der andere, keine Ahnung, nimmt vier Ritter mit. Vier Ritter ist eine coole Armee, nichts gegen Ritter, aber das ist halt, Dritter ist ein Extremkonzept und wir machen es oft so, ein Battle Report, dass wir zum Beispiel sagen, wenn du Death Guard spielst und ich spiele irgendwas anderes, Chaos oder Pausensons oder Imperial Armee, nimmst du deinen Großen mit, dann nehme ich auch was Großes mit, lassen wir es für diesmal raus. Ja. Ja, oder? Hast du halt auch was Großes dabei? Nein. Es ist auf jeden Fall, das ist das, ich lese das ja immer wieder in Foren oder wenn ich Foren sage, meine ich meistens Facebook, dass sich viele Leute über gewisse Armee-Konzepte beschweren, dass die zu hart sind, dass die Ritter zu hart sind, dass das zu hart ist, dass alles einfach zu schlimm ist. Ich finde, das gibt es nicht, das Problem. Das Problem liegt eher, es gibt, Warhammer ist halt auch ein großes Papier-Stein-Schere-Konzept. Ja. Natürlich gibt es Konzepte, die besser dabei sind und welche, die weniger. Darauf werden wir auch nochmal ganz genau in eine andere Folge eingehen. Aber... Genau, und das macht auch ein Turnierspieler aus, um wieder jetzt vom Turnierspieler zu reden. Genau. Der Turnierspieler, wenn er auf ein, im Normalfall auf ein Turnier geht, bereitet er sich auf Spiele sehr gut vor und damit auch sehr Armee. Er versucht entweder ein Konzept oder Armee zu machen, die entweder sehr extrem ist vom Konzept, wo ich sage, okay, das ist so heftig, ich werde wahrscheinlich irgendeinen Konter haben, in den laufe ich rein, wenn das so ist, dann ist so. Wenn das nicht so ist, habe ich gute Chancen, dass ich die anderen einfach überrascht damit. Genau. Oder man sagt, ich baue eine sogenannte Geldkipparmee, also eine Armee, die für alles gut ausgelegt ist. Und da macht man sich viele Gedanken, was ist momentan gut, was nehme ich mit. Und das ist das Ausmaxxen. Das muss man aber nicht unbedingt machen. Nein, weil das Problem bei diesen Listen, wo du gesagt hast, dass die so möglichst gut gegen viele sind, die haben dann große Probleme da, 20-0-Sieger einzufahren. Ja. Das ist das große Problem von diesen Listen. Ja, das ist halt die Frage, ob ich das auch will. Genau. Aber auf die Listen an sich, oder an das kommen wir nochmal anders mal zurück. Wichtig ist jetzt, ein Turnierspieler ist ja tatsächlich jemand, der sich am Meter orientiert. Aufs Meter kommen wir auch in einer anderen Folge nochmal ganz genau zurück und schaut, was gibt es momentan, was ist momentan stark, was kombiniere ich momentan, um das Beste, das Maximale rauszuziehen, um möglichst das Turnier zu gewinnen. Das ist ein Turnierspieler, der wirklich Turniere gewinnen will. Es gibt natürlich auch viele Turnierspieler, die auf Turniere fahren, die ganz normale Listen spielen. Aber das würde ich jetzt sagen, das ist halt nicht der Turnierspieler. Genau, das ist nicht, was man immer unter dem versteht unter der Turnierspieler. Es gibt ganz normale Leute, die fahren ganz oft auf Turniere, spielen eine ganz normale Armee, haben einen Tag Spaß, spielen drei Spiele, dann fahren sie wieder heim, alles wunderbar. Also was ich jetzt sagen würde, was, wie du jetzt bestimmt auch, was ein Turnierspieler von einem ganz normalen Hobbyspieler wahrscheinlich sehr stark unterscheidet, ist das, wie viel er sich, oder wie stark er sich mit der Materie wahrscheinlich auseinandersetzt, oder? Also das Ding ist, also weil ich mich aufs letzte Turnier vorbereitet habe, das war Dachau, da habe ich ja auch ein Konzept gespielt, mit dem keiner gerechnet hat. Und da habe ich einfach verschiedenste Szenarien durchgespielt bei mir selber. Ich habe auch viele Testspiele mit der Armee gemacht. Und man überlegt sich halt, was wird wahrscheinlich kommen. Man sieht das ja schon bei der Anmeldung von T3. Ich war auch einer der Ersten, der seine Armee das schon gepostet hat vorher, weil es mir ziemlich wurscht war, was die anderen mitbringen. Okay. Und trotzdem, ich wusste ungefähr, es werden relativ viele Ritter kommen. Ich hatte in dem Fall Glück, auf keinen zu treffen. Ja. Aber woher hast du das gewusst? Was? Dass viele Ritter kommen. Man sieht das bei der T3-Anmeldungsliste, sieht man schon, welche Armeen kommen. Und ich bin ja auch in der WhatsApp-Gruppe mit Turniere Bayern und da wird schon viel umgesprochen, was kommt. Ich denke mal, der Tom will auch ein bisschen auf das, nochmal, wie gesagt, das Meter, wir haben ja extra Besprechung, aber will nochmal auf das Meter ein bisschen zurück und auf die Vorbereitung, oder? Aber auf die Vorbereitung. Woher weiß ein Turnierspieler, was muss er mitnehmen, was kommt. Ein normaler Hobbyspieler hat seine Armee, die er am liebsten spielt. Da nimmt er sich irgendwelche Einheiten, wo er denkt, die passen gut zusammen oder die gefallen mir jetzt, die stellt er auf die Platte. Aber was macht der Turnierspieler da anders? Der Turnierspieler beschäftigt sich halt sehr viel mit Themen. Darunter fällt zum Beispiel das Thema Know Your Enemy. Das heißt, ich beschäftige mich stark. Der muss ja gar nicht jede Armee spielen, die es gibt. Also kenne deinen Gegner. Genau, kenne deinen Gegner. Das heißt, er beschäftigt sich auch mit anderen Codexen, liest durch, was können die so, macht vielleicht auch gezielt Testspiele, dass er sagt, hey, spiel du mal Tyraniden, das würde ich gerne sehen, was das so macht, das Tyraniden. Und dann schauen wir eben, und es gibt ja viele Artikel im Internet, wo viele in der englischsprachigen Welt. Die haben da eine sehr gute Community, die viel dahingehend postet, vor allem ins Kompetitive spielt. Ja, die Amerikaner, die sind gut drin. Genau, die Amerikaner zum Beispiel, der Nick Danawati, also der momentan Amerika-Chef oder Ranglistenerste, hat einen eigenen Kanal, wo er immer Sachen schreibt, auch Taktiktipps, Taktik-Reviews und so weiter. Sehr gut. Ich mag sowas gern, ich lese sowas auch gern viel, weil, weiß nicht, von einem Besseren kommen wir viel lernen am meisten. Ja. Und das unterscheidet oft einen, sag ich mal, Casual-Spieler von einem Turnierspieler, dass sich der halt mit dem, wie sie Sachen entwickeln, auch wenn neue Regeln rauskommen oder grundsätzlich ein neuer Codex rauskommt, ja, hey, der neue Codex ist rausgegangen, was kann der, muss ich Angst haben, hin und her, hin und her. Und der macht sich da meistens viele Gedanken. Also Turnierspieler schaut sich nicht nur seine eigene Lieblingsarmee und seinen eigenen Codex an, sondern er ist immer up-to-date, er weiß immer ganz genau, welche Regeln sind raus, was ist raus und am besten, wenn er ein guter, erfolgreicher Turnierspieler sein will, sollte er mehrere Armeen beherrschen, mehrere Konzepte beherrschen und sollte sich möglichst in allen Armeen auskennen. Michi, wie viele verschiedene Armeen hast du schon gespielt? Also, beim Imperium, so gut wie alles. Das heißt, bei so einem imperialen Armeen, er denkt es was Todes, die Ritter, äh, was gibt es denn noch großartig? Also schon ziemlich viel. Das meiste vom Imperium. Er denkt doch Sororitas. Ja, den habe ich schon mal gespielt, aber die Metallfiguren haben wir früher zu teuer und jetzt gibt es keine. Was hat ein normaler Deathguard Marine für einen Widerstand? Deathguard? Ja, ein normaler 2005er. Wie weit bewegt sich ein normaler älter Typ? Ja, sieben normalerweise. Genau, und das ist genau das, was ich meine. Leute, ihr seht ja, ein Turnierspieler hat einfach von allen Kodizes viele Werte im Kopf und weiß das alles. Know your enemy. Das ist genau das Problem, was ich zum Beispiel habe, was mich da aus dieser Kategorie immer ein bisschen rausdrückt, weil ich ein Riesenproblem habe, mir diese ganzen Werte zu merken. Als Kind so oft auf den Kopf gefallen, keine Ahnung. Und das macht ein guter Turnierspieler aus. Tom, du hast glaube ich schon fast alles gespielt, was von woher man gebracht wurde. Außer Älter. Außer Älter. Kann ich verstehen, wenn man am lieben spielst, oder wahrscheinlich? Und Spacer. Ich werde mich in meinem lieben Spacer anfassen. Abwarten, da habe ich gar nichts gehabt. Genau. Und da sieht man natürlich auch einen guten Turnierspieler. Er hat einfach die Werte im Kopf, er weiß, was der Gegner kann. Gerade jetzt mit den Straddle Champs ist das wieder ganz interessant geworden, dass man einfach wissen muss, dass du mich schon mal so Auflauf verlassen hast. Oder was heißt Auflauf verlassen? Ich habe es dir sogar vorher noch erklärt. Und ich habe es wieder vergessen. Dass man einfach manche Sachen haben müssen, wo Straddle Champs zum Beispiel so dieses Abfangen Straddle Champs von den Marines ist es glaube ich, oder? Oh ja. Der Ausbeck-Scan. 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 Der Ausbeck-Scan ist im Prinzip eine unscheinbare Taktik-Option. Oder Straddle Champs, wie du den genannt hast. Und das besagt, wenn man in 12-Zoll-Umkreis um eine Infanterieeinheit der Space Marines schockt, dann darf diese Infanterieeinheit Abwehr-Feuer geben. Nicht das klassische Abwehr-Feuer, das ihr kennt, das trifft nur auf die 6. Sondern man darf sofort schießen, wie in der Schussphase. Und man bekommt einen Abzug von minus 1. Genau. Und das ist halt das Problem, wenn man das nicht weiß und ein guter Turnierspieler weiß, dass der Gegner das hat. Und ich als normaler Spieler gehe ins Spiel und ich weiß nicht, dass mein Gegner das hat. Und ich muss auch nicht von ihm erwarten, dass er mir das jetzt verrät davor. Richtig. Und das kann mich mit dem Spiel kosten. Richtig, ja. Wenn die Platte der Bombe dann dadurch platzt. Genau. Mir ist das in London passiert. Ich habe Armee gespielt mit 15 Aggressors und ich habe 28 Plattletters reingeschockt und 18 Plattletters sind gestorben. Genau. Und das ist eigentlich mehr oder weniger, also wie gesagt, jeder kann auf ein Turnier gehen und spielen, aber der Turnierspieler, der erfolgreiche Turnierspieler vielleicht eher, oder ein erfolgreicherer Turnierspieler ist jemand, der sich einfach mit der kompletten Materie auseinandersetzt und alles weiß. Alles weiß. Ein bisschen übertrieben, aber der halt weiß. Man kennt halt die High-End-Armee. Genau. Z.B. Drukari muss man kennen, Ritter muss man kennen. Ich wollte nochmal zurückkommen auf den sogenannten Casual-Spieler. Genau. Der Casual-Spieler, finde ich, hat einen großen Vorteil gegenüber dem Turnierspieler. Wie man da sagt, der Turnierspieler spielt ja meistens so wie auch ich z.B. ich spiele immer das, was ich gerade lustig bin, also irgendwas, und bin jetzt jetzt festgelegt auf eine Armee. Der Casual-Spieler hat ja meistens so seine Armee. Ich meine, so haben wir alle angefangen. Ich habe damals meine Black Templars gehabt, das war das Geilste. Der Vorteil, was er hat, normalerweise beschäftigt er sich sehr gut mit seiner Armee, weil er das alles cool findet, er hat alles mal ausprobiert, er kann nochmal den Codex in- und auswendig, und er hat eine Lust, sich sehr viel damit zu beschäftigen. Er spielt jetzt nicht was, er spielt jetzt nicht einfach 5 Schwamm-Terraniten, nur weil es gut ist, obwohl ich eigentlich Tyraniden blöd finde. Und das ist ein Nachteil. Sondern normalerweise finde ich das cool, was ich spiele. Das heißt, ich gehe ganz anders mit der Armee um. Und das ist tatsächlich ein großer Vorteil. Das kann ein großer Vorteil sein, kann ihn aber auch ganz schön einschränken, wie du schon gesagt hast. Du meinst die rosa Brille. Ja, das ist total cool. Weil das große GW-Argument in den früheren Walddwarfs immer, nimm die Modelle mit, die cool ausschauen. Das funktioniert für solche Casual-Spiele, wie du gesagt hast. Ja, die haben Brezel-Tables. Da funktioniert das wunderbar, aber wenn man kompetitiv etwas reißen will, dann muss man schon mal ein bisschen über den Tellerrande ausschauen. Genau. Aber ich denke mal, dass ein Großteil von den Zuschauern auch wahrscheinlich gar nicht unbedingt Turnierspiele ist, sondern viele auch einfach nur zu Hause spielen. Bevor wir weitergehen zu den nächsten Themen, müssen wir leider kurz in die Werbung gehen und danach sehen wir uns wieder. Wenn ich am Abend so durch mein Warhammer 40.000-Universum marschiere, trage ich am liebsten mein Tab-Shirt, weil da erkennen mich alle wieder. Hi! Das neue Table & Beyond Tab-T-Shirt. Nicht verzagen, Tab-tragen. Von Ausbruch. Seid kein Dab! Spiel mit Tab! Kennt ihr das auch? Ihr wollt vorher mal spielen? Wisst ihr aber nicht, wo ihr eure Würfel hinwerfen sollt? Dazu gibt's jetzt das neue Würfelbrett von Tab. Ah! Ah! Tab, Würfelbrett und Würfel. Jedes Ex ein Tab. Von Ausbruch. Seid kein Dab! Spiel mit Tab! So, wir sind wieder da. Ich hoffe, die Werbung hat euch gefallen. Wir haben uns jetzt schon groß besprochen, wir haben uns jetzt erstmal stark beschränkt auf die Casual-Spieler und auf die Turnierspieler, die man jetzt aber nicht unbedingt immer nur verwechselt hat mit dem Power-Gamer. Und jetzt haben wir ja schon drei bis vier Begriffe. Wir haben gesagt Casual-Spieler, Turnierspieler, Power-Gamer, Bier- und Brezel-Tabletop-Spieler. Mihi, dein letztes Wort war noch, man hat natürlich oft das auch als Problem als Casual-Spieler wirklich kompetitiv. Ist natürlich schwierig. Aber jetzt gehen wir ja nicht mal unbedingt nur davon aus, wie man kompetitiv was reißen kann, sondern auch einfach zu Hause Spaß hat am Spiel und so weiter. Das hat der Tom vorhin auch schon gesagt, man muss manchmal auch davor vielleicht ein bisschen absprechen. Wie spielt man? Wie groß spielt man? Wie hart spielt man? Spielt man eher ein Flachspiel oder ein hartes Spiel? Und jetzt will ich auch noch ein bisschen mehr abschweifen eben auf das Thema, welche verschiedene Spielertypen-Spielarten gibt es. Dazu gibt es natürlich auch ein super Video von mir. Das werde ich mal auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken. 20 verschiedene Tabletop-Spieler, da wo ich das ein bisschen, wie sagt man, mit ein bisschen Humor und Eigenironie rangehe an die Sache. Und jeder findet sich unter irgendjemanden von den Typen wieder. Absolut. Und ich selbst, ich selbst finde mich unter einigen von denen wieder. Und dann gehen wir mal da, schaut euch gerne das Video an. Aber erst nach dem Tab-Talk. Was gibt es für Spielerarten? Außer jetzt den zwei, die wir vielleicht schon genannt haben. Du hast letztens schon gesagt aus einem guten Bericht, es gibt natürlich taktisch verschiedene Spielertypen. Und ich selbst kann mich da wiederfinden einfach, das war ganz gut, wie du das formuliert hast, einfach in dem Typen, der so manchmal ein bisschen so No-Brainer-mäßig auch vorgeht und versucht, viel Schaden zu machen. Und das trifft sich auch wieder mit dem, was du mal zu mir gesagt hast. Mein Problem war immer, dass ich zu wenig Field Control habe und zu wenig da das Konzept ist, sondern mehr einfach rein und versuchen, den Gegner wehzutun. Ja, da wird man meistens gierig. Genau. Das ist auf jeden Fall auch so ein Spielertyp, in dem ich mich immer wieder gerne finde. Ich habe jetzt da keine Bezeichnung dazu. Der Warbus, hast du gesagt, oder? Ja. Da war in einem Artikel gestanden. Das ist zum Beispiel ein interessanter Spielertyp, der taktisch reingeht. Fällt euch noch irgendwas ein? Genau. Wir haben ja letztes Mal zum Beispiel, weil du ja momentan ein bisschen unglücklich bist mit deiner Turnierarmee, die ja an und für sich nicht schlecht ist. Also wir sind eigentlich alle der Meinung, dass die Ahnung für das ein Geschlecht ist. Und da sind wir ein bisschen darauf gekommen. Ich glaube auch, als Spieler ist es nicht bloß gut, wenn ich eine gute Liste habe oder eine gute Armee habe, sondern man entwickelt irgendwie, man hat ein bisschen so einen Spielstil, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so, manche Typen sind halt so, die spielen halt einfach gerne 300 Org-Boys und bam. Das ist so ein eher Ding. Das ist ja völlig okay. Und dann gibt es halt eher so die Gunline-Typen, das sind dann meistens so die Tauschspieler. Das müssen die Tauschspieler unbedingt sein. Nein, das heißt, nur weil ich eine gute Armee habe, muss das irgendwie nicht so so, das ist dann auch, macht mir die Armee Spaß. Das heißt, eigentlich kann man schon auch ein bisschen sagen, genauso wie es die verschiedenen Armeen gibt, gibt es auch verschiedene Typen. Wichtig ist jetzt nur, dass der Typ sich die passende Armee findet. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt der Org-Spieler bin, der gern 1000 Orgs in die Schlacht schiebt, ist es schlecht, wenn ich mich hinten mit drei großen Astro-Militarum-Panzern oder sowas hinstellen. Das muss man schon irgendwie... Ja, drei Brain-Plates wären ja nicht so wirklich das Konzept. Man ist ja gut im Nahkampf. Man muss sein Konzept finden. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, jetzt bin ich zum Beispiel eher der Typ, der gerne reingeht und Schaden macht. Dann gibt es Typen, wie jetzt oft der Tauschspieler, der hinten steht und schießt. Ich würde sagen, du bist eher der aktive Typ. Also grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen aktiv und reaktiver Typ. Also bin ich so der, der gern kontrolliert, was passiert. Also ich bin der Erste, der schießt, ich bin der Erste, der in den Nahkampf geht und will durch das praktisch mit Field Control, also Feldkontrolle und mit so, ich mache was und setze den Gegner unter Druck. Oder bin ich so eher der, der sagt, ja mach du mal lieber was, ich schau mal, was du machst und dann überlege ich mir, was ich mache. Habe ich für meine Armee so ein Konzept, dass ich schon vorher weiß, ja der muss das machen, dann mache ich mit dem, das und das und dann 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 BAM. Oder bin ich eher so, ja jetzt schauen wir mal was passiert. Genau. Jetzt hast du ja schon gesagt, die Field Control. Michi, du hast auch gesagt, der Field Control ist sehr wichtig. Was würdest du jetzt sagen, du sagst, das ist sehr wichtig. Ich sag's inzwischen auch so, was wärst du jetzt, wie würdest du dich beschreiben, was ist dein Spielstil oder was wärst du eher so für ein Typ? Ich bin so... Außer, dass du der laute Wochenmarspieler bist. Ja, das war aber schon immer. Ja, du aber, ja. Was ist dein Spielstil, welcher Spiel schließt sich daraus? Das Ding ist, ich bin, also ich finde mich in keinem von den Spielstilen von Tom Bieder, ich bin so eine eigenartige Mischung. Ich bin einerseits sehr aktiv, also ich möchte dem Gegner meinen Spielstil aufdrängen. Ich würde auch sagen, du bist definitiver aktiv. Aber, was auch noch ebenfalls der Fall ist, ich warte auf Fehler vom Gegner. Und das passt eher in den passiven Stil zusätzlich mit rein. Also, ich bin größtenteils der aktive Spieler, weil ich finde, andernseits kann man dem Gegner sein Konzept nicht aufzwängen. Und man hat's ja im letzten Turnier gesehen, ich hab da einen Leviathan-Dreadnought dabei gehabt. Und deswegen ist jeder, auch du im zweiten Spiel, einfach mal außerhalb der Reichweite von diesem Seibert gestanden. Weil, wenn der mal zum Schießen kommt, dann wächst da nichts mehr. Ja. Das ist halt, leider ist das der Fall. Und bei so einer Armee muss man aktiv spielen. Also unterscheidest du jetzt schon mal auch grundsätzlich, was eine ganz simple und gute Sache ist, in aktive und passive Spieler. Das macht ja auch Sinn. Ja klar. Ich glaube, ich bin eher der passive Spieler. Also, wenn man jetzt ein passiver Schüler ist, steht man jetzt nicht nur da und wartet was. Also, man fällt immer in beide Kategorien. Aber ich bin immer, ich warte immer gern, was der andere so macht. Aber ich glaube, dass da dein Dämonenarmee-Konzept ganz gut reinpasst, da wo du sehr viel dann irgendwann reinschocken lässt und so weiter. Genau. Schaust, was passiert. Lässt erstmal den Gegner müssen sie machen und dann so ablösen. Abrunde zwei, drei. Genau. Ich warte auch immer gern, mach da einen Fehler, stell gern mal so Fallen auf, dass ich sage, wenn ihr Reit habt, dann BAM. Weil der Gegner grundsätzlich vergisst, oder ich grundsätzlich auch vergesse, wenn der Gegner noch irgendwelche Reserven draußen hat oder so. Deswegen die Reserven im Tablett immer unter den Tisch stellen. Verstecken. Aber Achtung, ich habe auch schon mal selber meine Reserven vergessen. Ja, habe ich auch schon vergessen. Und trotzdem bin ich Zweiter geworden. Genau. Also haben wir jetzt schon mal gesagt, es gibt eher den Casual-Spieler, Fluff-Spieler, Turnierspieler, Power-Gamer. Wichtig ist, dass man unterscheidet in aktives und passives Spiel und dass man natürlich schaut, dass man für sich die passende Armee findet. Wenn man ein bisschen... Das ist auch ganz wichtig für viele Leute von euch. Ich lese das ganz oft. Was soll ich spielen? Was gefällt mir? Das erste ist immer das, dass alle sagen, was dir am besten gefällt. Ja. Da bin ich ein Freund davon. Weil wenn mir die Figuren nicht gefallen, dann kann ich sie nicht anmalen. Aber was für mich auch wichtig ist, ich muss jetzt erstmal mir überlegen, wie möchte ich gern spielen? Möchte ich gerne dastehen und richtig dicke schießen? Möchte ich gern wenige große Modelle spielen, wie jetzt zum Beispiel momentan die Imperial Knights sich anbieten würden? Ja. Oder möchte ich eher gern Massen von Miniaturen bewegen? Das heißt viele Orks oder Tyranniden. Das sollte man auch mal für sich finden. Da schon mal welcher Spielertyp bin ich? Um die passende Armee zu suchen für sich. Und dann kann man halt überlegen, wenn ich sage, ich bin so der Masse-Spieler-Typ, spiele ich jetzt lieber Tyranniden in Masse, spiele ich jetzt lieber Orks in Masse? Dämonen gehen auch sehr gut in Masse, weil die Dämonen total billig sind. Dämonen, bei Astra Militarum kann man auch in Masse spielen und so weiter. Und dann gucke ich als nächstes, welche Modelle gefahren mir vielleicht am besten. Ja. So kann man dabei rangehen. Genau, was gibt es jetzt noch für Typen? Was mir auffällt, gerade auch auf Turnieren oder auch wenn man privat spielt. Es gibt wirklich Hobbyspieler, die viel Spaß beim Spiel haben, die sich auch unterhalten. Und ich habe auch schon Spieler kennengelernt, die sobald man kommt, trifft sich, sagt Hallo, jetzt geht es los und dann sind die wusch, dann ist der Fokus da. Dann kann man den ganzen Abend mit dem kein Wort mehr reden, dann sind die im Spiel. Das ist ja schön und gut, das ist vielleicht manchmal unpassend, wenn ich so einen Hobbyabend mache. Genau, es gibt auch verschiedene Spieler, eben die Socializing-Spieler, die das Spiel zum Spaß und zu Gaudi machen. Es gibt ja die, die dann einen Haufen Scheiß erzählen, damit der andere vergisst, was er machen will. Ja, genau. Zum Beispiel Airline. Und dann, genau, und dann... Hey, wie heißt der? Und das ist, finde ich, immer ganz wichtig, dass man auch gerade als Turnierspieler das nie vergisst, dass man sich doch auch manchmal, also man trifft sich auch manchmal wirklich zum Üben und zum Trainieren, was ich jetzt auch mal öfter machen müsste. Aber man trifft sich ja auch, um Spaß zu haben. Ich glaube, wir werden auch nach oben. Genau. Das habe ich ja versprochen, dass wir das machen werden. Und deswegen, da sehe ich auch wieder zwei verschiedene Typen. Also so wie möglich einer, der so total den Film fährt und im Spiel ist und einer mit dem auch noch ein bisschen was anfangen kann, ein bisschen sich unterhalten. Ich glaube, der Turnierspieler ist, wenn ich jetzt jemand bin, der mir so Armee zurechtlegt, mit so einem Trick, den ich eingebaut habe und dann ist soweit, ich spiele und spiele dann hart auf dieses Konzept hin und dann passiert es, weil mir die letzte Psykraft fehlt, weil der Typ, keine Ahnung, im Abwehrfeuer gestorben ist. Irgendwas Blöds passiert und es funktioniert nicht. Dann ist meistens so, dass der Turnierspieler meistens einen Plan B hat für solche Fälle und nicht gleich auseinander fällt. Das ist oft so, dass, also habe ich schon öfters erlebt, dass dann eben derjenige dann sagt, oh nein, es hat jetzt auch nicht funktioniert, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Genau, ja. Gibt es aber leider auf Turnieren oft genug. Man muss tatsächlich auch sagen, man muss als guter Spieler halt einfach auch einer sein, der die Nerven behält, komplett durch das Spiel und die Konzentration behält. Das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich wieder unterscheiden kann, ein Spieler, der die Konzentration beibehält und dann gibt es auch Spieler, ich kenne leider keinen, der die Konzentration schnell verliert. Da haben wir auch eine kleine Anekdote aus dem Turnier, wo der Michi das ganze Spiel über neben mir gestanden ist und nur so und ich habe komplett durch die Bank bei meiner Def Guard das viel nur Pein vergessen und solche Geschichten, weil ich einfach nach der Mittagspause total durch war und keine Konzentration mehr hatte. Ja, da brauchst du ein Michi, ich hätte ich spielen sollen. Solltest du ja nicht spielen, da warst du im Fresskoma. Das sind auch wieder zwei so Dinge. Im Grunde genommen kann man die Spielertypen immer oft auch gern so in zwei Extreme auch unterteilen. Was mir auch gut auffällt, nachdem ich auch schon einige gesehen habe, tatsächlich nette Spieler und ich sage es jetzt wie es ist Arschlöcher. Es muss Arschlöcher geben. Ja, das ist manchmal auch nicht schön. Es gibt leider auch bei uns im Hobby viele Arschlöcher irgendwo und es soll sich kein angegriffen fühlen, außer sitzt jetzt jemand vor dem Bildschirm und weiß, okay, ich bin ein Arschlöcher, dann ja, du bist das. Nein, ich will da keinen angreifen. Aber ich habe schon Spiele erlebt, wo ich mir dachte so nach fünf Minuten, okay, ich will mit dir nicht weiterspielen. Ja, aber das bauen diese Spieler. Die wollen dich aus dem Konzept bringen, die wollen um jeden Preis gewinnen. Also auf dem Turnier sind sie danach meistens dann nett, das stimmt. Ja, die wollen nur während sie mit dir spielen, da grätschen sie dir rein, wo sie können. Da ist ihnen kein Trick zu schmutzig. Das haben wir in London ja auch gesehen. Da, wenn man Würfel manipuliert, da manipuliert. Zum Beispiel bei einem Twitch-Game. Das ist live übertragen worden. Und da haben sie mit der Hand Würfel umgeschichtet und... Hä? Ich meine, was soll das? Das ist halt auch die Frage, weißt du, also in England oder in englischsprachem Bereich gibt es jetzt eine große Diskussion darüber. Das ist das WAAC Win at All Cost. Also ein Typ, der um jeden Preis gewinnen will, egal wie. Und momentan ist es halt so, dass auf großen Turnieren, also die ganzen Majors, zum Beispiel in Amerika, wird ja alles mitgefilmt. Wie bei uns auch inzwischen. So, die oberen Tables. Die oberen 10 Tables werden mitgefilmt, das ist klar. Genau, bei den großen GTs, bei uns ist es jetzt auch schon so. Und da ist halt einfach, dass eben so Tricks auffallen. Und es ist halt die Frage, muss ich so gewinnen? Das ist halt dann so eine persönliche Einstellung, oder muss ich... Das ist auch so ein ganz wichtiger Ding im Spiel, kann ich verlieren. Man muss verlieren können, ansonsten hat man auf welchem Sicht keinen Spaß im Spiel. Genau, man hat keinen Spaß. Man kann auch gerne mal schimpfen irgendwie, man, der Würfel warf, das gibt es doch nicht, kann man gerne machen. Schimpfen gehört dazu. Schimpfen gehört dazu. Man muss das Schimpfen auch mit zelebrieren können. Ja, und jeder hat schon mit Würfeln in die Ecken geschmissen. Da braucht man keiner sagen, der fünf Jahre später noch nie einen Würfel hat geschmissen. Genau. Was man nicht machen darf, man darf nicht den Gegenüber persönlich dafür verantwortlich machen. Und man muss danach so sein, dass man sagen kann, danke, war trotzdem ein schönes Spiel. Man muss halt beim Gentleman bleiben. Es gibt ja die Gentleman's Agreement. Also man muss so gut Deutsch auf seine guten Manieren achten. Und darauf wird auch immer mehr Wert gelegt. Ja. Auch bei TTM mittlerweile haben sie es auch drin. Für uns sportliches Verhalten steht auch drin, kann man disqualifizieren werden. Das steht jetzt in den ganz großen Regeln mit drin. Das finde ich auch richtig. Kurze Anekdote dazu. Ich glaube, das war jetzt... Ich habe meine Unterlagen dazu leider auf einen anderen Stoß. Der ETC, ich glaube, Captain aus dem deutschen Team, ich glaube, zur letzten ETC war das. Also 2017. Ja, genau. Wie heißt der? Der Deathratt? Der Deathratt, ja. Glaube ich. Also ich will jetzt... Wenn ich etwas durcheinander bringe, ich glaube nicht. Ich habe es gestern alles gelesen. Ja, da darf ich das qualifizieren. Wurde tatsächlich qualifiziert, weil er seinen Gegner nicht mehr erlaubt hat, nachträglich die PSI-Phase durchführen zu lassen. Nachdem er aber schon einige Einheiten... Das ist ein Schreibfehler. Also der Gegner hat sich bewegt, PSI-Phase vergessen und hat direkt angefangen zum Schießen mit einigen Einheiten schon. Mit mehreren. Und hat dann gesagt, hey, übrigens, ich kann nicht meine PSI-Phase noch machen. Ich meine, das ist die ETC, da geht es um etwas und dann hat der andere... Und das kann spielerisch sehr viel ausmachen. Genau. Dann hat er gesagt, na, tut mir jetzt leid, Mann. Also ich war nicht dabei, aber ich denke mal, ich habe nicht gesagt, na, du nicht. Sondern hat er gesagt, ja, tut mir leid, jetzt hast du wirklich schon einiges geschossen. Dann hat er 20-0 gegen ihn. Auf jeden Fall, genau. Er wurde disqualifiziert und hat 20-0 verloren. Nur weil er dem Gegner die PSI-Phase nicht mehr durchführen lassen hat. Es ging auch nur um einen Spruch. Ja, genau. Und es ist aber trotzdem, das kann man als unsportlich werten. In einem Hobbyspiel lässt man sowas fast immer irgendwo durch. Genau, wenn es wirklich um was geht, machen wir das. Oder in unserem Battle Report. Im Turnier aber meistens auch. Also ganz oft am Turnier ist was weg. Wenn man noch drohdenkt, ja. Genau. Hey, ich habe das vergessen, ich wollte das machen. Sag mal so, erlaubst du mir das? Die meisten sagen dann, ja, ist okay. Dann habe ich einmal was gut bei dir. Oder man sagt, hey, komm, auf vier plus. Zum Beispiel habe ich im Letzten. Je nachdem, wie hart es halt ins Spiel noch eingreift. Okay, Leute. Leider muss ich jetzt unterbrechen. Wir sind somit durch. Wir haben ein paar Turnierspieler durch. Eben, ich sage mal, im großen Untertitel mal Casual und Turnierspieler so ein bisschen von der Vorbereitung. Diese Folge Taptalk ist leider auch schon wieder vorbei. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Gästen, beim Tom und bei Michi, dass ihr da wart. Vielen Dank. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und somit sind wir raus. Servus. Mit Shoulderspieler